Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Ich liebe dich, aber tief in den Dring zieht es mich nach Hause hin, heimlich. Was ist das denn nur so schön, ob die Uhren anders gehen? Oh Mann, doch das ruhig weint, dass die Sonne heller scheint. Mein Heimweh ist wie ein Kuscheltier und ich halte es im Arm und gebe es da niemals her, denn es gehört zu mir. Es liegt nicht am Hafen und Haus, auch das Ortsschritt ist egal. Aber dort, wo die Mama wohnt, führt der Weg hin, der sich immer lohnt. Heimweh, weil bei mir die Ruhe ist, die man sonst doch manchmal arg vermisst. Und ganz klar, ihr Mega-Hammer-Elefantös-Leckeres-Essen bleibt mir immer unvergessen. Mein Heimweh ist wie ein Kuscheltier und ich halte es im Arm und gebe es da niemals her, denn es gehört zu mir. Weil so eine liebe Mama einfach unersetzlich ist, ganz egal, ganz egal, ganz egal, wie alt man selber ist. Heimweh Doch ich will, ja ich will, tapfer in die Zukunft drauf. Den Heimweh habe ich, hm, mal überlegen. Heimweh habe ich, weil Bau. Mein Kalb ist ein Kuscheltier und ich halte es im Auge und ich gebe es da niemals her, denn es gehört einfach zu dir. Das war's für mich. Oh, ich hab's vergessen. Da war ja was. Aha. Manntag geht nicht. Und Konzentration. Manntag geht nicht. Zufrieden. Entschuldigung.